Herzlich willkommen! Mein Name ist Jasmin und ich bin in der Stiftung St. Jakob für die Lernende Zuständig. Ich nehme dich heute mit und zeige dir, wie ein Bewerbungsprozess bei uns aussieht. Komm mit! Bitte schick uns deine vollständige Bewerbung, damit wir uns bereits ein erstes Bild über dich und deine Interessen machen können. Der erste Schritt ist dann ein Bewerbungsgespräch zusammen mit dem Berufsbildner. Hier geht es um ein gegenseitiges Kennenlernen und bereits offene Fragen zu beantworten. Wenn es für beide Seiten passt, können wir dann sehr gerne eine einwöchige Schnupperwoche bei uns vereinbaren. Nach dem Schnuppern sitzen wir alle nochmal zusammen und entscheiden uns dann definitiv. Wenn du uns beim Schnuppern überzeugt hast, dann kann deine Lehre schon bald bei uns losgehen. Wenn man bei uns die Ausbildung macht, bieten wir einmal in der Woche unser interne Lerncoaching an. Für das stellen wir zwei Lerncoaches zur Verfügung. Bei der Stiftung St. Jakob arbeiten wir mit Herz und Leidenschaft. Es würde uns sehr freuen, wenn wir dich auf deinem Weg ins Arbeitsleben begleiten dürfen. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Tschüss und bis bald!